der abend ist noch jung wir spielen weiter 20.000 lumis unter dem meer dass der anfang ist mega geil ich finde den anfang hätten wir zum ende machen müssen ja hier muss ihr bliebe leute müssen jetzt warum bums kala stürzt wird hier nicht und dann kriegt ihr viele lumis das ist alles bei einer otze gemacht wird fest mit vogel vorweg nein egal was ist jetzt also wenn es auch peinlich hihihi Agent. Ich muss sterben, Inka. Aber dann können wir es schaffen. Warum muss ich sterben dafür? Ha! Uh! Oh! Oh! Ha! 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 Oh! Eka, Mann! Was machst du denn? Scheiß! Wenn dir geht drauf! Ja! Wer denn sonst? Weil du nicht zu Potte kommst! Ich fahr schon längst vorbei, Mann! Jetzt gehts hier oben längst! Jetzt sollst du drauf gehen, Mann! Da oben war doch noch was! Da ist doch nicht! Guck! Komm her! Ich ver... Da ist was! Oh! Ich würd's zu gerne für Potte! Wir müssen hammer hier! Warte mal! Dann müssen wir anfangen! Na! Inka bitte! Lass uns doch einfach mal! Inka! 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 Ja, aber das ist jetzt noch der richtige Weg! Da oben sah erst noch was! Ha! Okay! Ha! 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 Inka! Ich würd' nicht einmal nicht mit dabei sein! Ich würd' nicht umgebracht! Ha! 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 Was hast du gesagt? Ich würd' nicht einmal nicht mit dabei sein! Ich würd' nicht umgebracht! Tom Chivas! Tom Chivas! Ha! So, jetzt Concentration! Okay! Das war alleine meine Idee! Nein! Komm doch! Uh! Hey! Ha! Oh! 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 War alles geplant! So wie ich's wollte! Toll! Oh! 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 Hahahaha! Aua! Mach so eine elegantere Lösung! Falls ihr das mal eigentlich nachspielen wollt, liebe Leute! Au! Sag mal! Was stimmt mit dir nicht? Sorry! Sorry, sagt C! Oh! Hm! Ah! Hätte ich so viel zur elegantere Lösung! Komm herz mich! Ich hätte mich! Mein Schlüpper ist riesengroß geworden! Weißt du, wo ich wieder Bock hab zu spielen? Lil Knight Meers! Oh fuck! Warte mal! Ah, ich kann da spielen! Lil Knight Meers ist ein tolles Spiel! Ist da oben noch was mit dir eigentlich? Nein, da kam es so ein Rundgang! Okay! Ich bin da oben! Irgendwann einer von uns genau! Muss ich grad sagen! Da muss ich doch machen! Jupp! Boah! Jupp! 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 Oh! Warte hier auf dich! Falls du stirbst, heißt dich retten! Oh! 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 Andere zu, Ich bin grad mal zum Wund! Ja! Komm her einfach so rein. Kann man machen. Ah! Juhu, der Baller. ein paar Uuuuhh Uuuuhh Oh, pitt dich AAH PITTICH On a snobjabber zuhause Ah, nix OH Uuuuhh Das ist so geil, ey. Oh, warte mal. Stopp. Wir haben was Verkehrtes getan. Was haben wir denn für Verkehrtes getan? Wir haben vergessen, das wieder umzuschalten mit der Musik. Ach so, ne? Ich hab die Karte auch gedacht, warum höre ich das denn so merkwürdig, weißt du? Na ja, dann machen wir es eben halt nochmal wieder. Ist das jetzt schlimm gewesen? Nee, überhaupt nicht, glaub ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Mikrofone deswegen auswand, glaub ich nicht. So, weiter geht's. Und dann hört ihr uns mal stumm. Stumm sind hört ihr uns ja gar nicht mehr. Das warst du, was? Du bist ein Nervenkitzel für dich. Ach so. Walder, es macht ja Bauteile raus, ne? Wow, fuck. Das macht so Spaß. Die Leute sind immer bei Raymond. Das ist aber nicht so penetrant. Neffe so wie eine, die dich immer mit dem Wettbewerb zusammenspielst und dich permanent einfach nur haut, ne? So wie du jetzt sie einfach nur. Mich hauen, Raymond! Damit du noch reinfetzt. Stopp jetzt. Scheiße. Das konnte ich einsperren drinnen. Au! 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 Ich wollte das schon gar nicht mehr. Au! Bist du jetzt endlich lieb zu mir? Und? Nur wenn du endlich lieb zu mir bist, du böser Reinmonst! So, lass uns jetzt vertragen. Moment. Oh, sehr gut gesehen. Ja. Hey! Komm mal! Hey! Sag mal! Hey! Sag mal! Hauptalte! Spann ab, Alter! Spann ab, Alter! Spann ab! Ja! 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 Wow! Fast hätte ich dein Leben gerettet. Oh! 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 non! Ha ha ha! Aaaaah! Doe den sie! Ah, da! Guck! Die müssen damit nicht macht. Dann stimmst du ihn in Theinmail assch! Gerade in der Welt! Woz, Ja. Ja. So. Okay. Jetzt will ich mich nicht rüberkommen. Du verarschst. Du verarschst. Verarschst dich zurück, meine Liebe. Komm jetzt im Team. Oh fuck, ist das witzig, ey. Das ist ja auch. Ja. Du bist halt, du bist heuer. Egal. Ja. Jetzt lass' nochmal ein bisschen Schauderri zu hören, wenn ich in der Dähe erlaufe. Du musst dann da erstmal. Was? Oh. Du bist ja halt da und? Du hast es ja nicht mehr. Du kannst mich auch nicht mehr entfernen oder nicht mehr, ne? Du kannst ja nicht mehr aufpassen. Ich will ja ganz dringend schnell hoch, Alter! Ich hab ja irgendwie so ein ganz mieses Gefühl! Nein, ich tu dir nix mehr! Nein, nein, ist klar, ja klar, tut mir jetzt nix mehr! Ah, da musst du irgendwie hoch, ne? Fuck! Da musst du irgendwie hoch, ne? Ja, irgendwie ja! Oh, das ist geil! Was? Das ist geil, das macht mega Spaß! Nein, nein, nein! Nein! Wer geht da durch? Du bist da durchgegangen, NK, das war alles deine Schuld! Ach, war noch ein Scheiß-Taler! Echt? Wo bin ich? Ach, da! Ach, Inka! Warum auch immer Inka das macht! Scheiße! Ja, du bist falsch! Was ich mach... Du hast was verschlafen! Hey Inka! Ich bin hier zum mach drauf! Du hast es fertig versaut! Ja, ich bin falsch! Ja, ich bin falsch. Ich mach überhaupt gar nix! Du hast es verdient! ich bin ich bin er hat er 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 hat alles kaputt gemacht ich mach dir überhaupt nicht du musst nicht töten du musst ja mit mir runterkommen du machst das so bitte töte dich so mach das so okay aber musst dich einfach machen lassen immer du bist so gemein das war wohl keine Absicht ja aber wieso mach ich hab ich hab dir gar nichts getan man das war keine Absicht ich hab da nur noch dazu geguckt was das alles dreid das war gar keine Absicht du hab mir gar nicht so nachgedacht dass du es hab ich hab vielleicht nicht so Mann ich kann das immer nicht hier ne das glaube ich will jetzt erstmal öhm will ich lenken oder du ja du kannst lenken ich krieg das hier nicht gebacken das ist nicht so meine Stärke ähm warte mal kurz warte mal kurz zeig hey hehehe hehehe oh das ist geil ey ich glaub das könnte die geilste Folge ever werden die geilste Let's Play Folge ever ey so NK du hast gedrückt nicht eh ich hab das nicht gedrückt NK hehehe 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 warte mal ich mach es aber ich muss mich konzentrieren kurz hehehehehe hehehe Thanks Wow oh oh in hey hör auf mich zu kicken sollte die Frifaschliche kicken Mann Ja, bin ich ja. Warte mal. Komm schon her, bitte noch lebe ich. Ich bin tot. Ja, du sollst her, komm, ich lebe doch noch. Nein, Mann! Mann! Das war so gut gerade anfassen. Oh, ist das echt verka. Das mochte ich aber noch nicht. Man muss vor allem ganz viel schwitzen von Leuten. Ach so, ich bin tot. Ich denke, was geht denn hier ab, Alter? Ich könnte verschweben. Ach so, mach mal. Geh, guck mal her. Komm doch mal hoch. Mach da hoch. Kill mal die Frösche bitte. Aha. Kill mal die Frösche bitte. Kill mal die Frösche bitte. Kill mich, ähm, rein. Mach mich frei, Mann. Du sollst die Frösche kalt werden. Nein, Mann! Entschuldigung. Ich fühle mich eh. Egal, mach lecker. Das ging so gut. Ich bin so böse. So, machst du das jetzt Lenk, oder was? Sollte frische Cain, man. Komm her, jetzt schnell. Hol ihn. Oh. Oh. Pa-da-pa-da-pum-pum. Wana-wana-wau-wau. Eka, 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 eka. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Warum ist das gerade passiert? Weiß nicht. Weiß nicht. Ich habe gar nichts gehabt, gar nichts gehabt. Wir können die nächste retten. Oh. Mal gucken wir da so haben. wie schimpft sie sich denn? das Ninja was? was? rette Ursel oh ne, warte, warte mal bevor wir Ursel retten rette den letzten Kleinen bevor die Zeit um ist du hast 120 Sekunden ich hab ne Tante, die heißt Tante Ursel ja meine Oma heißt Ursel schon Uschi 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 mit der so, so, so go yeah Ninja, go oh, jetzt lässt er noch hin zack 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 und juhu wir gehen ja noch nachher, das zweite Wettungswitzel wir gehen ja noch nachher, das zweite Wettungswitzel muss halt mal wieder reinsteigern hier das ist ja noch lieb hier, das zweite ist ja mit den Gegnern naja mit der Wettungswitzel mit der Wettungswitzel mit der Wettungswitzel mit der Wettungswitzel das ist alles cool die macht das auch nicht das ist cool äh 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 ich bin ursel hallo ich bin tante ursel ja ich glaube ja echt mein lieben das machen wir das nächste mal verlassen der tiefe das spiel in der nächsten eine runde oder selbst wenn wir haben reingesprungen falls es hier aus alter was war das denn alter du warst das natürlich was das man das so nahe ich habe noch nie so wahrgenommen das ist so nah was ist das so nennt man diese u-boot geräusche achso ok wie soll man jetzt auch alles beschreiben die leute das heißt nicht so nah das heißt so nah ne ja es ist echt aber echt richtig cool wenn man es auf hat ne es ist wirklich cool wenn man die ja es ist mega also lohnt sich wirklich oh hast du gesehen ich da durchgechatten bin gerade nein scheiße das schafft man nie wieder ja komm her runter schnell gleich wieder langschommel ich sag du meinst ne blase du meinst ne blase du meinst ne blase blaa lachen so was machen wir doch nicht nein egal du machst du musst dann nicht nö nicht der tom schee der macht sowas nicht au der kleine penis inka inki minki der ist fr was ist mitsea los Guck dir das. Jetzt sind wir hier voll die FBI-er-getten, ne? Warte, hier oben war noch irgendwo was für euch reinkrappeln. Das war nicht hier, warte. Warte, komm mal hier, du bist ne Blase, du bist ne Blase, du folgst mir. Ja, trotzdem bist du ne Blase, du folgst mich. Du bist schon wieder ne Blase. So. Hier da, da, da. Die Musik, ey. Warte mal, Eka. Ja. Warte, ich hol mir den Frosch. Du holst den, nee, ich hol mir den Frosch. Okay. Komm her, komm her. Nein, nein, nein. Wir haben Kleine hier noch mal gerettet. Okay, komm her. ich wollte gerade oben die lumis holen oder lauf und los ja wir kommen da raus weil mein gast aber kann man auch mit schild Ja, wir können auch gut zusammenarbeiten, ne? Ja, manchmal geht das auch. Sieht so mega geil aus, ey. Oh, fuck, fuck. Warte, warte, warte. Ja, ja. Scheiße, ich bin daneben gejumpt. Mach du das. Alter, vorher sind die Dribbel. Nein. Scheiße. Beck. Dings. Bumsen. Beck, Mann, Beck. Es heißt Beck. Warte mal. Ach so. Ach so. Oh, oh. Ah! Ah! So. Du musst dort noch platt machen. Ne, wir müssen von anderen Seiten. Echt?